So, jetzt hopp ich. So, jetzt haben wir All Systems ready! Und Käffchen fertig! Achso, Party müssen wir wieder machen. Ja! Ja, genau. Oh, ich hör was. Ich hör schon was. Party 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 Da draußen ist schon wieder Action. Hört sich nach einer Schreierin an. Geh direkt mal raus. Und es leckt und ruft. Ey! Nicht auf mich. Ähm. Na 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 na. Na 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 na. Alter, was ist denn hier los? Opsala! Ajo! Das war mal ein früher start. Was warst du mit dem Kaninchen? Ein früher tot. Du musst dich doch nicht entschuldigen. Du musst dich nicht entschuldigen. Alles ist gut. Ey, der scheiß Hase. Oh, der Killerhase. Der Hase of dead. Ach du Scheiße. Aber ich hab ihn einmal erwischt. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, er kann mir nie wieder vorhalten, dass ich an den Hasen gestorben bin. Alter. Der Hase geht ja voll ab, ey. Ohne Scheiß. Geiles Gefühl, oder? Mann, ey. So. Wo sind eventuell Eisendinger? So. Ähm. Hallo Sunny, ein wunderschöner Dicker. Der steht nochmal auf. Ups. Hat sich versetzt. Oh, ich hab einen falschen Rucksack gelootet. Was ist mit meiner Maus los? Ha! Ich hab jetzt auch mal was Gutes. Endlich. Oh, hier sind ein bisschen Leute, wa? Geht doch. Ja. Ach komm. Geht doch in meinen Knüppel rein bitte. Endlich mal schießen. So. Geht doch. Die paar Schuss. Die Ayo vorbei rennt, Alter, der lebt doch. Ups, ja. Das, äh. Das Häschen war stärker als ich. Aus irgendwelchen Gründen. Ich hab's auch vergessen. Ja, ja. So ist das, ne? Ist deiner. Schenk ich dir. Äh. Ähm. Ähm. Autsch. Oh Scheiße. Ich hab keine Bandage. Nicht, 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 nicht. Nicht sterben. Äh. Passage. Warte, hier, 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 hier. Foxy. Äh. 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 Ich, scheiße. Äh. Äh. Eigentlich ist es genau ohne. Oh, der lebt ja noch. Äh. Okay, danke. Das war nicht gut. Kein Problem. Allerdings, äh. Habe ich jetzt irgendwie 50 Hef verloren. Also Max. Ups. So. Äh. Ja, Leute. Ich werde jetzt gleich mal überprüfen, äh, wie unser Stahl, äh, Stahlbeistand. Hä? Eisenpupport aussieht. Gestalt ist es Eisen. Was? Ja, gleich. Äh, fünf Minuten habe ich mehr. Holy shit. Ist ein Rucksack habe ich denn jetzt gelötet? Ist gerade noch so groß. So habe ich jetzt schon wieder. Wieso bin ich jetzt schon wieder so heiß? Klamotten? Ich weiß es auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ist ein bisschen ungünstig. Oh, Proxy. Hallo. Schönen guten Abend. Dreimal schwarzer Kater. Hi. Servus. Na, wer hat Lust auf ne Quest? Autsch. Da wir heute noch vier Streamer haben, denke ich. Da werden dann eigentlich vier Streams überall dieselben Namen erscheinen. Kannst du mir von dem Eisen abgeben? Dass ich Tools reparieren kann? Ich muss schon wieder rein. Ich bin überhetzt. Verdammt. Aber repariertste Kenia? Ähm. Oh. Guck mal rein in die Schmiede. Welches Haus nehmen wir alles? Ah, wunderbar. Danke. Lass die doch da. Lass die da. Danke. Für die Horde? Ja, weil dann kann ich die Eisenwerkzeuge reparieren. Dann kann ich schneller Steinen und sowieso. Oh, Maria. Ja, alles richtig. Alles richtig. Alles gut. Vier zu warm draus, ne? Das ist echt Hammer, ne? Und ich habe jetzt schon so eine Baseball Cap. Die hat schon drei, äh, Heat Resist neun. Und trotzdem überhitze ich. Das ist in der prallen Sonne. Deswegen gehe ich jetzt wieder ins Schmied. Heat Resist? Damit ist es irgendwie leichter umzugehen. Äh. Was hat denn die? Die hat auch neun. Jetzt habe ich noch ne, ne Cap habe ich noch für jemanden, der noch will. Äh, Albo? Äh. Doch, 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 doch. Das, das geht nicht. Aber schwierig ist das schon mit der Hitze hier. Du suchst ein Hortenhaus, oder? Richtig krass. Nee. Welches Haus wollen wir durchnehmen? Ach so, okay. Oh Köchi, was ist denn jetzt los? Äh, als erstes muss ich meinen Manager bezahlen, hattest du nicht gestern? Also Horde in dem Haus in dem wir drin sind, ja? Bist gar nicht mein Manager? Na ja, ähm, fang Trattoninchen Größer an. Die nicht streamen dann Mitspieler. Ja, dann mal ein schön gruß zurück. Oh, das ist viel zu heiß hier. Ja, das ist extra heiß. Also sowas von hot, hot, hot. Sehr schwierig. Den letzten Nick in the party. Den letzten Nick in the party. War ich denn voll? Stimmt. Party muss ich auch noch nennen. Proximus Prime ist das. Proximus Prime. Oder einfach... Ach nee, der vorletzte. Der vorletzte ist Ajo. Ajo, 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 ajo. Der hat eigentlich einen neuen Landclaim-Block, weil der hier ist inaktiv. Ja, dann setzt einen neuen. Oh, an der Decke hängt einer. Ah, okay. Dann kann man unten den kaputt machen. Der unten müsste schon deaktiviert sein. Achso. Jaja, der ist inaktiv. Ist okay. Ich geh da mal noch... Ich geh mal noch etwas buddeln. Das Ziel war ja eigentlich, äh, buddeln, ne? Das Ziel war nicht jetzt kurzzeitig buddeln. Wir brauchen, äh... Stein. Noch ein kleines bisschen Clay. Äh, Clay. Ungefähr. Ich sag mal, wenn ihr... Mehr Holz oder mehr Stein. Genau. 3, 400 Clay. Und dann bräuchten wir auf jeden Fall Spikes. Wir hatten ja. Also das heißt, ich brauche ein bisschen Metall noch. Ich bräuchte noch ein bisschen, äh, Holz. Das wäre so das, was... Achso, ich dachte, wir brauchen Stein. Mehr Holz. Spikes ungefähr. Spikes. Ich hab jetzt noch 13 dabei. Und dann, äh, wüsste ich nicht, wieviel weit wir jetzt im Moment rum sind. Also ich hatte vorgehabt, vier Reihen zu machen. Vier, äh, Reihen, die sollten halbwegs realistisch sein. Okay. Erklär mir doch mal, warum ich ständig überladen bin, obwohl ich noch hier so viele Felder frei habe. Ups. Äh, dann versuche ich mal, Drohne zu überhitzen. Ich muss noch irgendwas gegen meinen Wald zu sein. Dann werden sie denn noch voll sein. Also, ich, ich hab sogar einen Poncho an und das nützt dir überhaupt nichts. Der Poncho ist relativ wirkungsfrei. Eigentlich bleibt durch Schnee vergolden Müll, Alter. Das ist tatsächlich ein Team, Alter. Schwierig, schwierig. Äh, was kann ich noch tun, damit mir gelter ist. Was hinten die? In Schnee gehen. Ja, Schnee ist gute Idee. Ja. Da bin ich auch. Kannst dich direkt mal abkühlen. Da komm ich mal gleich mit. Wir wichsten Bier noch, der zählt auch. Ähm, wo war noch mal gleich der Schnee? stehe da hinten ist der schnee westen ich komme doch mal richtung werden okay und hier regnet auch noch das ist schön war das symbol so wenn ich wieder muss ich erst wieder super ups der ist geweckt wer ist gelegt der joe hier hat gelegt dass der ist gelegt dann licht ich was willst denn jetzt du von mir kärtchen hat jetzt die partie einladung ja ja gucken bei mir keine einladung von dir an ich könnte selber einladen aber ich habe keine von dir bekommen ich habe noch mal geschickt der kind warum ich jetzt wahrscheinlich noch mal neu an schlagen ist nicht gut weg damit mache ich in der nächsten nacht dahinter ist nicht lange lang sind lecker ach hier sehr schon viele lecker ressourcen stein ein ressourcen stein meine güte der weiß aber hartnäckig auf jeden fall bin ich jetzt nicht mehr überhitzt das ist schon mal gut wenn der wüste kriegen wir extremen wasserverlust also also wir bräuchten dann mindestens mal leder das da für die wüste hier ja poncho reicht auf auf jeden fall nicht für schneegebiet auch ich erfriere gerade ah ok das ist dann weniger oh stimmt jetzt wurde es sagt ich sehe auch mein flöckchen ich habe auch ein flöckchen scheiße ich habe ein flöckchen erschießen darum das war ich gerade so ein extrem jetzt schneid es auch noch nicht gut heraus lass es so das dauert ewig mit dem frei weiter jetzt wird mir kalt nächstes mal bitte ein haus im grün ja grün wenn ich schlecht wird nächstes mal ach der händler war nur so verlockend aber das ist ja immer wenn ich etwas aussuche ist immer was zu meckern okay jetzt bin ich rot jetzt muss ich raus das extrem irgendwie shit von einem extrem ins andere das ist ja echt übel jetzt habe ich einmal was beschlossen aber das weckert keiner darüber dass man in jedes haus reingehen und 16 perale auf einen zustürzen das ist normal problem ist dass es diese diese zweieinhalb stückigen steinhäuser nicht mehr gibt die waren sonst immer ganz gut ich habe keine money mit dafür ich brauche holz einer das gibt es doch nicht holy moly ich brauche was zu essen auch kommt gibt es über ja campfire könnte man machen aber wir wissen ja wie das enden kann wie kann das enden bitte bitte wenn so ein campfire nicht auf einem frame steht dann könnte das was heiß an den füßen werden aber aber er ist doch gar nicht dabei er dessen name nicht genannt werden soll ich habe das kann ich ihn selber programmiert und habe es trotzdem angegriffen ja das hat wahrscheinlich auch noch mal eine das ist wahrscheinlich auch mit drei schlägen drin ne bezweifelt dieben bäume bäume komm ich gar nicht mehr dran was haben wir denn wer geht hier vorne nach proxy ja guck mal zum händler bei der tür danke für den hinweis die händler tür ist da das kaninchen ich bin nicht so ganz auf voller höhe heute ich habe da die hand genau es gehen oder schwarze karte glaube ich wenn ich das richtig verstanden habe komplett in zählen das heißt von sich aus erst mal schon mal voll auf in zählen gestellt ach da vorne ist es okay dann hau es mal kaninchen sind zum beispiel nicht so einfach zu jagen sie greifen an haben ungefähr ich weiß nicht ob das auch genau so eingestellt hat wie wir die health points von dem bär und ähnlich kräftig sind sie auch und sie greifen dich an kann ich nur bestätigen vor allem ist das scheiße schnell was hast du da gemacht ja es hat halt diesen 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 angst lauf faktor deswegen ist es so schnell im angriff in jeden 86 xp habe ich ja halleluja wie das da liegt wie so auf dem präsentierteller in jedem von diesen häusern hier hast du besser bei unserer game stage definitiv ferale drin oh ja leuchten ja es gibt keine ausnahme wir haben es jetzt wirklich es überprüft es gibt keine ausnahme das ist doch vanilla oder das ist dann so genannte vanille einstellungen ja andere spielen das eigentlich auf ja das ist so ich sag mal wenn wir die schwierigkeit stufe machen sollen was ist das einstieg captain im letzten haus hatten wir sieben zombies fünf waren fahrrad das geht das stimmt das auch das war eine kino prozent was rede ich denn auch von schlechtes zeug da waren zwei normalen wir dazwischen aber das das arme kleine kernickel dann gerade auf der liste als ich randale haben wollte welche game stage habt ihr denn hatte hat jemand kläge sammelt das ist eigentlich nur bei 300 knapp bei 300 ja also das ist eigentlich nichts ja das stimmt und moin moin ich sie leicht schwarz nix holzer dann bleibe ich hier ich brauche den tolls verdammt ich muss noch mal muss nochmals kalte ich brauche noch nicht fleisch wenn du hast doch jetzt schon drei oder so gekriegt vom vom kaninchen ist ja was habe ich gekriegt aber ich gehe noch mal ins schnee dafür holz das ist server da kommt der netzwerk wird noch dazwischen auf dem server haben die irgendwie elend lange arme ja wir sorgen unser lieber jetzt noch holz dann mache ich noch ein paar dann hoffen wir das audio auch am ende des tages wieder da ist und ordentlich das holz mitgebracht hat um noch ein paar links dazu machen und noch vor allen dingen detail brauchen wir noch das müssen wir auch noch holen so eine scheiße ist mir schon wieder so heiß wein axt und so 40 spikes habe ich jetzt gerade erst mal 40 spikes ich habe 13 das sollte ein guter anfang sein ich kann auch noch welche machen ich habe auch ein bisschen jetzt wollte erst mal ziemlich gut sein dann brauche ich auf jeden fall noch ein bisschen metall es geht jetzt noch ein bisschen was durch also also jetzt erst eher metall oder noch ein bisschen also ich sei dass ich würde ich bin auch bei holz ich mache auch noch holz drei jahre sehr schön dann mache ich mir teil dass wir da ja kann nordwestlich von der base ich meine stärken kann und dann reparieren kann und auch werden kann brauchen wir noch spikes auf jeden fall würde ich sagen wenn 50 60 also wenn wir noch mal 100 insgesamt 100 120 haben denke ich also 18 könnte ich jetzt noch machen ja okay dann macht ihr zusammen und dann stelle ich erst mal gucken wir mal ich glaube schon mal holz nach ja ich komme auf wenn ich es richtig sehe was wird sein wenn ich noch rein weiß ich es ist auch klasse hallo inventar okay woran ich denn schon wenigstens level 3 hat wird schwierig achten spikes ja oder da sehe ich mal langsam die sammeln wir alle in der box schmeißt sie mir nachher alle kurz in der box rein gucke ich mal zusammen ich glaube wenn wir 120 bis 150 haben sollten wir dann noch keine ausweichen weil die kriege ich sowieso nicht aufgewertet alle glaube ich nicht dass wir so viel zusammen bekommen und sucht mit einer mit einbruch und so viel geschmolzen bekommen wollte die frei aufs haus laufen lassen ja wer was wenn die streiks wenn die streiks unten sind denn ja weil ich wüsste sonst wie wir das jetzt irgendwie noch verteidigen können ich glaube nur auf hier rein hier betrinkten starke rein wie wäre es mit labyrinth ich schick dir nach dem tag mal ein video ja also am besten auf jeden fall die letzten reihen irgendwie aus star spikes und die ersten erst die ersten die dürfen wenn die sobald die bei der ersten durch die ersten nehmen die komplett auseinander so erst von vorne durchbrochen haben haben wir die ersten zwei reihen mit stacheldraht machen das können wir gerne dann auch noch machen ich ja wenn wir das metall übrig haben dann ja ansonsten würde ich es eigentlich mehr auf spikes ausgehen weil die eisenspikes sind eigentlich gut spikes 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 mal ein stacheldraht das zieht dir ja sofort die beine weg ja und es zählt ja auch auf zeitlich genau okay na gut dann versuch das noch ein bisschen ich versuche erstmal zu gucken alles klar was ich machen kann dann rummel ich mal die eisenader hier ab das hört uns erstmal an gut was geben na jetzt setz dich doch spikes 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 eisen 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 dann kümmere ich mich um das stacheldraht äh karacho du willst zum runden oh scheiße dann lege ich dir die spikes rein ein schneezombie hinter mir wie viel eisen kurz abkühlen tausend 500 ja okay ich muss mal den headshot hier irgendwie parken vielleicht auch acht wir reden ja mit ein das ist die 17 hier bin ich nicht mehr der der ich früher war schau nur auf die statistik dann weißt du was los ist